schön dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen folge von atze und tour hier im ats ja ich befinde mich jetzt hier in phoenix ja gestern war ich noch in gila band aber konnte da nichts mehr ergattern und aufträgen allgemeine flaute und also machen also fahren wir nach phoenix knapp 50 meilen wir sind wir hier bei fedex jetzt angekommen schon angesetzt hier also ready zum laden und zwar 18 tonnen an siegespänen und ja es geht nach nogales aber auf der mexikanischen seite kann mir erst mal sogar das auf der us-seite und local ist auf der mexikanischen seite also wir sind jetzt fahren jetzt direkt nach mexiko rein also kurz nach der grenze also dann sind wir gerade schon mal die mexiko drin mal sehen ob die nächsten touren dann ein bisschen besser werden und ja sind 177 meilen oder 285 kilometer und verbaut und vergütet sich das ganze mit 1472 dollar brutto ja soviel dazu gesagt ich hoffe das geht jetzt gleich los hier mit dem beladen und dann können wir dann auch loslegen also abfahrtskontrolle und dann direkt loslegen okidoki zuvor will ich mich natürlich für ein like und aber sehr freuen und auch wenn er was loswerden wollt in kommentaren sehr gerne kostet wie kritik verbesserung lobe oder schreibt es rein soweit ich das kann wirklich das beantworten das ganze und ja oder in diesem sinne sage ich mal abonniert einfach meinen kanal dann verpasst ihr auch so keine videos mehr dafür schon mal von mir an euch in ehrlich dicken gemeinten fetten daumen nach oben von meiner seite und ja auch schon mal im voraus ja vielen dank für euren weiteren support und natürlich viel spaß bei der folge die jetzt sofort losgeht let's go ok geladen wurde ich jetzt schon abfahrtskontrolle habe ich auch schon erledigt papiere habe ich auch alles super, ganz genial losgehen okidoki okidoki Hat ja alles soweit, naja, relativ gut geklappt, sag ich jetzt mal. Dann können wir mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Okidoki, ja also momentan ist das echt äh, Trauerspiegel mit den Aufträgen. Da vorne ist der Flughafen. Ja, da sind ja schon einige Maschinen da, die da stehen. Und ja, aber nun gut, da muss man sich echt durchkämpfen, jetzt mal hoffen, was hier ergattern kann. Ja, jetzt sind wir ja dann nach dieser Tour hoffentlich dann in Mexiko, damit alles soweit gut geht und ja. Aber hoffen, dass es dort ein bisschen besser läuft an Aufträgen. Kann ich echt nur hoffen. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen schwierig zur Zeit hier. Aber das sagen ja natürlich leider auch meine Jungs und meine Mädels, also die auch ein bisschen kämpfen müssen mit den Aufträgen. Ja, wir tun alle unser Bestes, aber es ist schwierig. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen zur Zeit. Aber naja, springen dann jetzt hier von Auftrag zu Auftrag hier bei der Hoffnung, dass wir was, dass wir was hier bekommen. Ja, und immer wieder, kann ich dazu sagen, unterwischen, weitermachen hier. Ja, und ja, wird schon, ne. Wird schon, kann ich sehen. So. 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 Und wie, Christian propri交換. So. 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 Soll ich gleich rechts da vorne gehen oder was? Soll ich gleich rechts da vorne gehen? Ja, kannst du da mal ein bisschen gezittert geben hier, oder was? Sorry, es geht hier rechts. Dann gehen wir da rechts. Wenn wir ihn abwägen, dann kann ich noch fahren, oder? Was ist das denn hier für ein gewuscheliger? Schickt er mich wieder hier zurück, oder was? Ja, mal schauen. Was ist das Navi so vor Ort mit mir? Macht halt Spiegel immer mit. Was ist das? Okay. 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 So, jetzt überdenke ich mal, of course, Richtung Mexico, Mexico, so, ist das richtig, oder normales, jetzt mal rechnen San Diego hier. Use the left lane ahead. So, wir werden das mal durchziehen jetzt, Pause würde ich denke ich mal, oder vielleicht mache ich da ganz spontan, ich weiß es noch nicht, ich denke mal nicht, da ist echt knapp bemessen und braucht ja nur hier irgendwas hier wieder schief zu gehen, dann bin ich ja schon wieder zu spät dran. Kurz vor drei ist das hier angegeben, soll das hier ganze abgegeben werden hier, glaube ich. Also von daher, wenn wir sowas so sind, dass wir hier voran kommen, rasen müssen wir nicht, schaffen das schon, aber jetzt auch nicht rumtrönen, das läuft auch nicht. Also, das machen wir ja nicht, aber zwar jetzt ein Päuschen machen, Pause müssen wir auch nicht machen, also in der Hinsicht sind auch drin, da von der Fahrzeit her. So läuft es. Hoffe ich mal. Use the left lane ahead. Jo. Die wollen ja weiter fahren, geradeaus, nicht abbiegen, ne. Erstmal. Konstante Geschwindigkeit, Tempomat ist drin. Also von daher. Weiter im Text. Ja. Arizona. Ja, ich kann echt, wie gesagt, eigentlich, hoffe ich, dass es in Mexiko dann diesbezüglich erstmal den Aufträgen jetzt ein bisschen besser, ein bisschen besser wird. Ja gut. Boah, dann ist ja nicht hübsch, nur das Ganze hier. So, sind wir ja schon jetzt hier Richtung Nogales hier. Richtig. Ja. Bisschen Mucke vielleicht, sag ich jetzt mal. Habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich das jetzt hier mal einspielen werde. Hin und wieder mal. Mal drin. Alles gut. Einfach mal ein bisschen genießen. Nicht zu viel reden. Einfach nochmal. Ja. Die Landschaft ist ja nicht ganz so schlecht hier. Vielleicht hör mal ein bisschen. Aber ich muss jetzt mal her, was Lovato heißt das hier. Okay. So. Also. Ich muss jetzt mal, wo rauskriegen. Ich sollte das hier mal sehen. So. Ich muss das mal sehen. Ich mache jetzt mal sehen. Okay. Ich nehme meine Verzussetzung. Ich nehme das mal sehen. Ich nehme das mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok okie dokie wollte ich sagen mein gott dann werde ich mich mal hier anmelden und dann ja geht es glaube ich hier dann zügig weiter hoffe ich mal na dann ok jetzt habe ich soweit gedreht ja ihr sehen könnt hier kühe 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 es riecht doch sehr gesund hier also sehr ländlich sag ich jetzt mal ok dann würde ich mal jetzt hier warte hier mal rückwärts hier reinfahren soll mich da vorne hinstellen oder da hinten hinstellen wie auch immer was macht der da? weiß er nicht so können sie die Sägespäne jetzt hier alles takko ich kann jetzt hier abladen wie auch immer okie dokie guck wieder dazu ja gut ach ja so bremse rein so alles klar sind wir hier mehr oder weniger auf dem lande und ja wir werden jetzt mal jetzt hier ein bisschen warten bis sie mich hier abladen ja aber ich denke mal das geht so ziemlich zügig da stehen welche rum da hinten um die ecke waren welche also und ich bin hier hallo könnte jetzt mal wir anfangen ja ok so was gibt es zu sagen ich bin jetzt in mexiko leute und alles ist gut hoffe ich mal vielleicht kriege ich sogar hier ja irgendwie ich weiß nicht was eine folgeladung whatever aber wenn nicht dann ja noch alles also city an solche ist ja nicht weit zu weit entfernt und welche ich bin guter hoffnung welche was ergattern kann okie dokie gut dann war es das für diese folge und ja vielen dank fürs zuschauen ja leute haltet die stoßstangen sauber bleibt vor allem gesund und ja in diesem sinne hasta la vista und bis bald war ja als gaming ja